Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Guatamili 2 für die Nintendo Switch und wir befinden uns in Obsidian Tempel Wir versuchen hier mal die Religie zu finden So, okay. Oh, ich muss ganz schnell gehen hier glaub ich Nein! Oh, da muss man echt drehend dran. Oh, okay. Alles krieg ich jetzt hin. Ups So So Aua, alter Schwede. So, komm runter Lutschu Lutsch ja, so Nein Lutsch 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 Okay. Nein. Alter ist das schwer. Da musst du ja richtig auf Zack sein hier drin. Nein. Boah, das ist ja fies. So. So. Nein. Da kommt er gerade hoch. Shit. Das ist schwer, aber da gibt es einen Herzcontainer. Den wollen wir gerne haben, ne? Nein. Alter Schwede. Okay. So. Wir müssen schnell sein hier. Nein. Oh Mann, oh Mann. Nein. Noch einmal. Wieso mache ich denn immer das gleiche? Nur mit gleichem Fehler. Oh, das ist so blöd. Sobald ich anfange zu schießen, hat man natürlich keine Chance mehr. Aber jetzt. Nein. Nein. Scheiße, echt? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich krieg diesen zweiten Move nicht hin, warum das denn eigentlich nicht? Okay, machen wir alles. Ich muss ihn leicht zu packen kriegen, sonst klappt das nicht. Oh Mann, oh Mann. Nein! Gibt's doch gar nicht. Okay, jetzt warten wir hier mal. Wir machen was anderes. Nein! 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 Oh Mann, warum war das Teil nicht da? Nein! 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 doch nicht mehr so schwer aber wir kriegen herzcontainer supergut für uns war doch nicht so schwer naja doch schon ganz gut gefordert alter muss da oben längs aus wenn ich fände gerade ein muss ich gar nicht hin hier geht es weiter nach Oh. Oh! Da kickt er mich gleich in die Lara, die Sau. Na warte. Okay, da willst du es wissen. Nein, ich wollte rollen. Aber da kommen wir nicht weiter, ist ja blöd. Da kommen wir auch nicht weiter, oder? Doch, doch kommen wir weiter, Entschuldigung. Bam, mit einem Headbutt. Oh. Sehr gut. Oh. Oder auch nicht so gut. Ei, ei, ei. So. Fällt noch einer da oben dieser Löwenkopf haben? Oder was das sein sollte? Wir müssen nach oben. Achso, wo ist es? Wo ist es jetzt hier weiter? Kann man ja auch da oben längs. Das hatten wir vorher nicht. Oh, den wir hier bekommen haben. Oh, jetzt müssen wir schnell sein. Okay, das ist noch zu früh. Okay, das ist noch zu früh. Okay, lad mal. Ah. Da muss auch schon ein, zwei Moves machen und noch rüberkommt. Haben wir geschafft. Hä? Ja, okay. Gut, gut, warte mal. Okay. Das war dumm, aber ich weiß jetzt wie. Okay. Nein! Nein! Okay. Das war dumm. Ah, der ist auch mal gefangen. So, das war gut für uns. Schlecht für ihn. Was ist denn mit dir? Oh nein. Oh, oh. Okay, kann ein paar... Da kann ein paar Dinger anschlaufen lassen. Steh ich nicht hin. Ah, jetzt aber. Das war's. Okay, den müssen wir anders killen. Den Spinner. Das war's. Das war's. Ja. Blödes Arsch. Okay. Na, wieder so'n schnellen Move machen hier. Haie, wie sollen wir das denn schaffen? Das schaffen wir nicht so. Okay. Okay, warte mal. Ne. Kriegt man dieses rote Ding? Kann man das da bekommen? Hä? Ja, komm mal, falls ich jetzt weiter hinkomme, weiß ich jetzt gar nicht. Hm. Hä? Wie man den roten da oben bekommt, weiß ich allerdings noch nicht, muss man mal gucken. Weiß ich, ob man das auch hier machen kann mit dem Rücken. So, ab zum Huhn und weiter, gespeichert. Noch schnell sein. Okay. Oh. Alter, das reicht doch. Okay, das muss ich anders legen, das wird so nix. Oh. 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 Oh nein. Oh. Oh. verdammte axt ist das schwer shit 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 Das war's für heute. Das war's für heute. So. Das war's für heute, oder? Ja. Ei, 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 doch. So. Wie geht das wieder? Wird aber spannender hier. Nein! Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. oh nein ab und zu so irgendwie noch einfacher gehen wir müssen jetzt hier mehr glück als verstand gerade auch speichern sehr gut nein nein oh gleich nach unten machen okay okay nein alter schwede da ist aber rhythmus gefragt alles klappte wunderbar ich habe den boss hier muss ich zugeben das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern trotzdem bin ich sehr gespannt drauf okay ach so da kommen dinger hoch Okay, die hab ich jetzt noch nicht gesehen. Also nütz. Oh Mist. Tatsächlich. Können wir direkt wieder runter oder können wir gerade ausgehen? Ja, ist doch geradeaus weiter. Okay. Okay. Natürlich ein schöner Rhythmus. Ein schöner Rhythmus mit dem man mit muss. Wir kommen höher zumindest. Und hier ist wieder eine Speichestelle. Sehr gut. Und jetzt auch noch hoch, oder? Wo geht's denn hier hin? Oh. 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 Shit. Das will ich aber nochmal schaffen. Das ist aber gar nicht so schwer. Oh. 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 Nein! Oh. das war aber letztlich sehr gut sehr gut jetzt haben wir letzten drei geschaltet öffne dich ein kleines türchen danke trottel da müssen wahrscheinlich folgen warte mal, lass uns mal gucken was wir hier kaufen können ausdauer reagiert schneller, gegner zu töten gewährt mehr gesundheit ist dann noch hier fugen attacke geben ausweichen schnell verboten auf nicht gut erhalte gold für treffer ab einer von der treffe wrestling moves, greife den gegner und wirf ihn nieder steigert die wuchte des poloschusses definitiv super dash punch steigert die wuchte des dash punch mega uppercut richtig viel kohle gerade kann man schon was ausgeben hier erhalte gold für so das wars, mehr kohle haben wir nicht haben wir einiges gil dazu gegeben das ist noch kein Problem das ist noch nicht das ist noch nicht alles ist noch nicht wir können uns auch nicht einfach ein paar schlecken wir können uns nicht klar aber wir können uns nicht Oh Mist. Alter, man sieht ja was ganz. Ist das irgendwo weiter? Ja. Mist, man weiß ja auch nicht, wo man hier rein ist, ne? Oh. Ich traf die Sau. Okay, gehen wir rein. Oh, ich bin gespannt, was passiert jetzt. Sian, wie hast du dich bis hierhin durchgeschlagen, kleiner Mann? Du hast es versucht, aber du kommst zu spät. Ich beherrsche die dunkelsten hündischen Kräfte und tanze mühelos zwischen den Welten der Leben und den Toten. Aber tu dir keinen Zwang an. Komm ruhig und ringe mit mir. Okay, testen wir unser Waypeak. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Holli, trotzdem noch mal hier. Andere Dingern hier? Nein! Oh fuck Dein Arsch Oh fuck Oh fuck Oh shit Oh no I don't have any magic oh nein okay wir liegen da unten wo die händel auch noch kriegen Ach, Mann. Ein bisschen Leben haben wir nur bekommen, nicht viel. Okay, jetzt kommt nochmal so'n Scheiß. Achso. Achso. Wow, Fick. Das war auch eckend leicht gerade. Also, der verlangt schon eigentlich's ab hier. Man muss seine ganzen Fähigkeiten auch ausspielen können. Das ist jetzt mal dick dumm. So. Hä, du Spacko, wo bist du? Traust dich nicht? So. 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 Da habe ich wohl etwas fallen gelassen. Könntest du es bitte zurückrollen? Wir haben es geschafft! Oh oh. Oh, da kommt der Böse. Rückt die Reliquie raus, ihr unwürdigen. Salvador. Und Mureko. Rückt die Reliquie raus, ihr unwürdigen Kerle. Verlucht, ich habe den Faden verloren. Rückt die Reliquie raus, ihr unwürdigen. Sonst werdet ihr adenberaubende Macht. Ah, Mureko. Ich lenke sie abbaus und du schlägst zu. Verzieh dich endlich! Aber, ich brauche keine Freunde. Wo war ich? Ach ja, rückt die Reliquie raus. Was ist eine Reliquie? Gut, dann hole ich sie mit Gewalt. Ups. Fass mich nicht an. Jetzt nach Villachurlau und die letzte Reliquie einzusammeln. Komm, Uepäck. Tschüss, ihr Tröten. Okay. Ja, das war natürlich nicht so gelaufen. Wir wollen... War ich zu streng zum Monarchal? Da kommen wir wohl nicht mehr hinterher. Wie kann... Was kann jetzt noch schief gehen? Der Palast könnte einstürzen. Seufz. Ach so, oh, der Boden. Tempulodopsianer, dunkelste Zeitlinie. Oh oh. Diese Kakteen sollten unseren Sturz bremsen. Endlich, ist es perfekt. Meine Hommage an die Gerechtigkeit soll uns wahrzeichen auf ewig sein. Oh. Haha. Inferno, dunkelste Zeitlinie. Boom. So. Und was uns hier wohl erwartet? Bin gespannt. Aber werden wir leider erst beim nächsten Mal fahren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.